Es gibt sogar überzeugte, richtige Linke, die meinen, deine Kapitalismuskritik sei schon Verschwörung in sich. Irgendwie ist es gruselig, wie sich manche Menschen die Welt vorstellen. Wie hat man es geschafft, dass es abwegig geworden ist, zu glauben, dass einige Menschen Herrschaft und Macht ausüben wollen, die letzten tausend Jahre einfach mal verpasst? Ja schon, oder? Ich weiß, es gibt diese richtigen Linken, die auch denken, der Kapitalismus fährt sich von alleine. Und verstehen nicht einfach, dass Kapitalismuskritik ist Kapitalismuskritik und das sollte nicht an Menschen gebunden werden. Und dann gibt es die Kritik der Kapitalisten an sich. Einfach moralische Kritik zum Beispiel. Warum handelst du, wie du handelst? Das ist, worum es geht. Und das verpassen sie vollkommen. Das gibt es für sie nicht. Und ich finde das so, das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Auch da muss es eine Sensibilisierung geben und da sagen dann alle immer, oh, das ist ja wie der Radikalen-Alarz 1972. Weil das irgendwer, irgendwer hat den Linken erklärt eben, ja, das habe ich ihr letztens hier erklärt, ja, dass Kapitalismuskritik nicht an Personen aufgehängt werden soll. Also du sollst nicht sozusagen, wenn du Kapitalismuskritik betreibst, wenn du erklären willst, warum der Kapitalismus scheiße ist, musst du das System kritisieren. Das stimmt auch, zu 100 Prozent. Da darf man nicht bei Einzelnen anfangen und einfach sagen, der Kapitalismus ist in Ordnung, ja, aber es ist der Einzelne das Problem. So zum Beispiel eben ein Elon Musk. Wenn statt Elon Musk jemand anderer dort wäre, ich zum Beispiel, dann wäre das schon alles in Ordnung. Das ist das, was du nicht machen darfst, weil der Kapitalismus würde auch mich dazu zwingen, so zu handeln, wie er handelt. Oder seinen Platz zu verlassen, ja. Der Punkt ist jetzt aber, genau dieses, oder seinen Platz zu verlassen, es gibt mir die Möglichkeit zu sagen, so etwas würde ich nicht tun, ja. Und sobald ich als Mensch sage, so etwas würde ich nicht tun, kann ich auch von ihm erwarten zu sagen, so etwas würde ich nicht tun. Weil es ist einfach Ausbeutung von anderen Menschen. Nachdem er aber sagt, naja, ich würde es schon tun, habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, du bist ein Arschloch. Und dann kommen irgendwelche Linken, und dann kommen irgendwelche Linken, und dann sagen sie zu mir, das ist verkürzte Kapitalismuskritik. Das ist keine verkürzte Kapitalismuskritik, das ist eine moralische Kritik, das ist eine moralische Kritik am Arschloch-Dasein gewisser Leute in Machtpositionen, ja. Hat nichts mit einer Kapitalismuskritik zu tun. Es ist eine moralische Kritik an Kapitalisten. Kapitalismuskritik ist etwas ganz anderes. Das ist eine Kritik an der Struktur des Systems. Und Linke sind einfach, die das nicht begreifen, sind einfach nicht klug genug, das zu begreifen. Tut mir leid, ja. Sie sind zu dogmatisch oder so, oder irgendwer hat ihnen beigebracht, du darfst nicht die Kapitalisten kritisieren, sonst ist deine Kapitalismuskritik nicht richtig. Ja, solange du Kapitalismus kritisierst, darfst du nicht sie kritisieren. Aber wenn du sie kritisierst, ist das ja nicht automatisch Kapitalismuskritik. Komm, ein bisschen Hirn. Da kommen alte Ängste hoch von Massenüberwachung und anderem. Da muss man sich, finde ich, auch ehrlich machen in der Debatte. Man kann beides machen, man sollte beides machen, das ist ja genau mein Punkt. Und man sollte nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Das ist wichtig. Man darf das eine nicht mit dem anderen verwechseln, sonst wird die ganze Aktion gegen den Kapitalismus impotent. Da darfst du das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Das ist der Punkt. Nicht immer dann, wenn es gerade... Ja, genau, du sagst eben, das ist exakt die linksliberale Einstellung. Es geht darum, wie der Einzelne sich im System verhält. Deswegen ist Musk in deren Weltbild unmoralisch. Das System wird nicht kritisiert. Und absolut, das ist ja genau so, wie sie so sagen, wenn Hillary Clinton gewinnt, dann wird es einfach eine bessere Politik geben. Solange eine Frau die Drohnenmorde befehligt, ist ja alles in Ordnung. Quote erfüllt. Weißt du? Das ist einfach diese komplett... Und diese Leute nennen sich links. So kannst du dich nicht links nennen, in meinen Augen. Das funktioniert einfach so nicht. Und umgekehrt hast du aber so dogmatische Linke, also seien das jetzt Antideutsche oder seien das irgendwie so Tankies oder seien das andere Leute, die haben das wirklich alle gemein, dass sie einfach sagen, du darfst nur den Kapitalismus kritisieren und du darfst niemals den Kapitalisten kritisieren. Das ist aber Schwachsinn für mich. Das ist einfach genauso dumm wie die Linksliberalen, die sagen, es geht einfach um die moralische Position. Wieso kann man nicht beides machen? Du bist doch vollkommen lost. Ich kann ja beides machen. Ich muss sogar beides machen. Wenn ich nicht beides mache, ist das einfach nicht vollständig. Dann vergesse ich einfach jedes Mal eins davon. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Weil einfach zu sagen, ich kritisiere den Kapitalismus und der Kapitalist, der oben sitzt, der muss nun mal so handeln, wie er handelt. Nein, muss er nicht. Muss er nicht. Er kann sich auch entscheiden, kein Kapitalist zu sein. Er könnte einfach sagen, nein, das ist mir zu ausbeuterisch, zu menschenunwürdig. Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Das könnte er sagen. Das tut er aber nicht. Er sagt, ich beschleunige das Spiel. Du bist ein Arschloch. Fertig. Das ist jetzt keine Kapitalismuskritik, aber das ist halt eine Kritik an Menschen, der Kapitalist ist. So einfach ist das. Und diese Leute zerschlagen Gewerkschaften, damit wir einfach uns nicht organisieren können. Diese Menschen unterwandern einfach den Staat. Diese Menschen betreiben Lobbyismus, schreiben unsere Gesetze, sie gehen gegen uns vor, sie kürzen uns die Leistungen. Warum soll ich sie nicht Arschloch nennen nochmal? Weil das verkürzte Kapitalismuskritik ist? Dein Gehirn ist verkürzt, wenn du das glaubst. Dein Gehirn ist verkürzt, Kumpel. Verlängere dein Gehirn. Da passt das eine Sagen, wenn es gerade nicht passt, das andere. Die Frage ist halt, wie man jetzt nach, was wir da rausziehen aus so einer Razzie. Ist es jetzt, oh wir müssen die Polizei stärken oder so? Weil einfach den zu entschuldigen und zu sagen, er muss halt so handeln. Er kann halt nicht anders. Er muss halt die Gewerkschaften zerstören. Das ist einfach das, was er tun muss. Nein, er könnte sich auch mit uns solidarisieren. So einfach ist das. What the fuck einfach? Was ist das, er muss? Weil was? Ja, damit er Kapitalist bleibt. Ja, ich weiß, daran ist das System schuld. Dass er darin mitspielt, dann ist er bitte selber schuld. Alle Frage sagen. Weil was wir gerade machen ist, wir räumen gerade die Ruine auf. Der Schaden ist bereits da. Das sind Ideologie, die sind in der Mitte der Gesellschaft. Das sind keine Sachen, hier sind wir.